Stream, diesmal haben wir Parallel-Streaming, einmal mit Black Destiny hier im Hintergrund noch und einmal meinerseits. Dabei sind Kailan und Mondgoth. Ich nehme es theoretisch auch auf, auch wenn ihr gerade noch Schwarzbild habt, denn OBS sagt gerade leck mich. Ja, das macht OBS grundsätzlich gerne. Ja, ich weiß auch wofür. So, dann drücken wir bei 3, 2, 1 auf OK. Und ich werde einen neuen Wächter erstellen in der Zeit. Genau. 3, 2, 1, OK. Ja, ja, macht schon mal, ich komme sofort nach. Ja, wenn das mal machen würde, die Sau. Die Sau, die Aldi. Ja, ich habe Destiny jetzt einfach im Soundmixer einfach mal runtergestellt. So, jetzt sehen alle mal ganz kurz meinen Hintergrund. Nein. Oh mein Gott, ganz schlimm. Könntest du auf dem Bildschirm vielleicht nicht unsere Kinder reinpacken? Die sind ja nichts drin. Ich habe noch Standardbild. Noch nicht. So, und jetzt seht ihr gleich den Trailer. Also bei mir kommt er jetzt gleich. Bei mir kommt er gerade. Dieses Schwein. Dieses Schwein. Was wählen wir denn? Wir nehmen ihn mal. Ich habe dich nicht gekannt, als du gelebt hast. Dein erstes Leben, meine ich. Du bist vor meiner Zeit auf einem Schlachtfeld gestorben. Doch etwas Besonderes hat uns zusammengeführt. Man nannte ihn den Reisenden. Und mit seiner Ankunft änderte er eure Welt für immer. Es war ein goldenes Zeitalter. Jahrhundertelang ging es der Menschheit prächtig. Doch auch dies musste enden. Ein uralter Feind folgte dem Reisenden durch... Cool, der Panabär. Willkommen. Und ich starte es da auch mal. Der Entscheid stand vor ihrem Ende. Da folgte es erst mal Video, also bin ich still. Doch der Reisende traf eine Wahl. Sein Opfer zerstörte den Feind. Und schenkte den Geistern Leben. Titan, Jäger oder Warlock? Soweit bist du schon? Ja. Trailer ist nicht sehr lang. Naja. Nassi, was bist du? Ich bin Warlock. Ich mach Jäger. Also bin ich der Titan? Kann es auch mehrere geben. Nein, damit wir eine Auswahl haben von allen. Okay, kann Mensch als weiblich sein, kann aber als erwacht weiblich sein. Äh, männlich sein. Cool. Ich nehm den Titan. Ich bin männlich, männlich. Betius, bin ich ein erwachte, ein Mensch oder ein Exo? Ich bin ein Exo. Ah, ich bin was Lilanes, ich fand Lila schon immer toll. Quatsch, wir sind ein Mensch, komm, wir sind einfach... Nein, ich bin Exo. Muss ja gerne sein. Ich bin ein schwarzer Exo. Mit lila Wangen und roten Augen, ne mit... Und lila... Ne, lili... Ja, ich bin lila Augen. So. Hm. Sollt ihr vielleicht irgendwas sehen, was zu meiner aktuellen Frisur auch passt, ne? Okay, das passt jetzt erstmal. Hey, ich bin Exo Frankenstein. So, sind wir mal fertig. Dann kommt der nächste Trailer für euch ebenfalls. Vorsicht, es ist laut. Werden wir gleich sehen. Hattest du bei Twitcher-Spielen noch geändert? Ja, endlich schon. Okay, weil Wizzibot noch gar nichts gesagt hat. Du zu geben, aber ich wäre beeindruckt. Dich zu beeindrucken, Cade, ist echt ein Kinderspiel für mich. Jetzt. Es ist ernst, Leute. Zawala, das ist mein ernstes Gesicht. Doch, Ikora, was gibt's? Jemand oder etwas sabotierte die Skyline-Verteidigungssysteme. Die Coms sind seit den letzten Stunden unregelmäßig. Die Sensoren außerhalb der Mauer sind tot. Yes, schwarzer Bildschirm bei mir. Jetzt ist es nur der Film. Jetzt ist es. Ja. Ah, besser als Trailer. Kannst du behalten. Ah, Ladi-Symbol. Yes. Das ist gut, oder? Nein. Warum flüstern wir eigentlich? Weiß ich nicht. Das sind keine Satelliten. Das ist mächtig. Und neuer Trailer. Yes. Yes. Ah, welche Schönheit. Ich seh geil aus. Ich seh geil aus. Das sieht gar nicht so gut aus. Bei mir gerade. Nicht so ganz. Keine Ahnung, ich verstehe euch quasi nicht. Musst auch nicht. Ist eh überbewertet. Die wahren Wächter verstehen sich gegenseitig nicht. Ich hab bloß Wächter verstanden. Mehr war nicht drin. Genau. Hey, ich bin im Tower. Also zur Erklärung an anderen Zuschauern nochmal. Äh, ja. Die letzte Partion. Bäh. Die letzte Partion. Ah, ich krieg jetzt einen langsamen Hänger drin. Ah. Fängt aber früh an. Ja, fängt jetzt schon früh an. Also. Die letzte Stadt der Menschheit ist gefallen. Und ja. Wir sind jetzt in den Ruinen angekommen, wo wir noch in Kampf kämpfen gegen die Kabale. Nein, sind wir nicht. Wir stecken mit einem Ladescreen. Hi, Firsty. Moin, Firsty. Oh. Yay, die ersten Kabale fertig gemacht. Ich hab neun, neun, neun Green Dicks von uns da. Ich lande gerade mit meinem X-Wing. Und ich töte die Kabale. Töt den Kabalen. X-Wing war ein anderes Spiel. Alter, alter, alter. Und weg, weg, weg. Sogar die Notfallfrequenz. 1. Nein, unsere Stadt wird nicht fallen. Ich hab keine Ahnung. Ich hab gesagt, du sollst nicht so schnell fliegen. Vergiss es, flieg schneller. Boah, das will ich auch können. Gleich kann uns ja der First sagen, ob der Scream noch online ist. Also mit Bild. Da hab ich angeblich schwarz Bild. Ja, bei mir ist es stehen geblieben, deswegen. Ah, bei mir hat er gerade Ladebildschirm. Ja, genau. Du bist jetzt offline bei mir. Hä? Wow. Ich hab auch 0 KBs. Ist auch sehr schön. Krass. Sieht echt cool aus. Muss ich zugestehen? Aber ich hab keine verwochene Frames. Sehr geil. Wir haben auch noch vier Zuschauer. Ich würde ja raustappen, aber dann sieht man kein Bild mehr. Ah, jetzt kann ich mit Pause drücken. Und Panabär immer noch da. Tapp mal kurz raus. Los geht's. Oh, cool. Ich geh mal durch die Tür. Hallo, startest du mal streamen? Der startet meinen Stream nicht mehr. Ach, OBS ist gequasht. Wie nett. Ja, super. Genau das, was ich heute Abend gebrauchen kann. Sieht echt cool aus hier drin. Okay, bis auf die Kabane, die einen zerfleischen wollen. Ich hab mal kurz reingeschrieben, ist sofort wieder da im Stream. Ja. Oh Gott. Will nicht alleine sein. Ja, die anfangen muss man irgendwie allein machen. Ich hab zwar keinen Plan, was ich jetzt machen soll, weil ich irgendwie nicht zugehört am Ende mehr. Töte Kabale. Rette die Stadt. Ganz einfach. Headshot. Rette die Stadt? Ich hab, ich hab gesagt, ich mach Headshot, nicht du. Na doch. Wow. Du musst jetzt nur Kabale töten, mehr nicht. Kabale töten, ganze Zeit. Hey, das ist schön, Fürst. Ich hab quasi nichts neben mir. Ja, ich weiß, dass ich mit Rechtsklick anvisieren kann. Ist nicht der erste Shooter. Nee, ich glaub, das war auf mich gedacht. Du, der sieht dich doch gar nicht, du Arsch. Und der nächste wäre es weg. Oh, nachladen. Denkst du es wirklich? Kriegst du den hin? Hab ich eigentlich unendlich Schuss? Nee, hab ich nicht. No. Kommt drauf an, jede Waffe hat unterschiedliche. Die Widerfarben haben am wenigsten. Ich hab gar keine, also bisher hat's nur meine Standardwaffe. Jo, am Anfang hast du nur die normale, nicht elementare Waffe. Und einmal, ich glaub, Schock oder so. Was wollen die hier? Er macht das für mich, okay. Hey, bist du hässlich? Okay, weggekickt und... Hey, du lass mich doch einfach rein, ich kann mitschießen. Ach, du portest dich weg. Okay, gut. Ich empfehle euch aber den Revolver am Anfang, beziehungsweise die Pistole. Seid ihr lebt, seid ihr böse. Die vollautomatische. Die am coolsten, finde ich, am Anfang. Ich hab das Kommandoschiff entdeckt. Ja, droht den Kommandoschiff. Jetzt kann man ja mal die Option, die das bisschen leiser machen, ne? Sound. Ja, halt die Klappe. Bier lautstärke. Die konzentrieren hier. Bier. Und ich werd, glaub ich, auch noch mal das Spiel ein bisschen leiser machen, weil es dröhnt ein bisschen grad bei mir. Boah. Video... Bisschen heftig im Moment. Wie sinkt aus? Am Anfang. Okay. So, jetzt ist es ein wenig kleiner, aber ich werd, glaub ich, noch ein bisschen reduzieren. Sagen wir mal auf. Okay. Gut. Dann wird's ein kurzes Date. Tja. So. Ähm, danke, Kollege. Bist schon wieder offline. Mach mal ein bisschen auf. Ja, dann ist aber das Internet heute schuld, Schatz. Okay. Excellent. Oder er bricht immer ab, ich weiß es nicht. Versuch mal die Minecraft-Stream-Einstellung. Als Profil, das Minecraft-Profil, indem du das über Grafikkarte streamst. Wann sie, äh, dass die Dings vielleicht nicht hinterherkommt? Nein, dass es wieder nicht richtig gehuckt wird, dass er wieder nicht richtig reinkommt. Und der Netz ist wieder... Jetzt, der ist wieder... Jetzt hab ich mich selbst geflasht. Ich schaff's nur sowas, denn? Aber ich glaub, mein... Ja, aber er ist schon wieder gecrashed. Ja, deswegen, vielleicht geht's mit der CPU nicht, dass er wieder nicht richtig reinkommt. Oh, ich hab keine Munition mehr, deswegen blöd. Ein bisschen blöd. Ja, ihr lieben, netten Kabali. Könntet ihr jetzt mal sterben? Jetzt. So, versuchen wir's einfach mal mit dem Minecraft. Puh für Granate, ja, das hab ich schon mitgekriegt. Hier, frisst das. Oh, dann nehmen wir immer noch welche. Gleich nochmal. Okay, jetzt versuchen wir das einfach mal über die Grafikkarte. Und wieder jemand weg. Also, bis jetzt ist das ja ganz sicher doch relativ easy. Boah, das ist am Anfang generell da easy. Ja, auch das kenn ich. Die Steuerung muss das Spiel mir nicht erklären. Okay. Sag mal nur, ich wollte reinsliden. Ey, cool, ich hab neue Waffe. Such. Ich hab die vollautomatische genommen. Ich find die cooler. Ja, ich sag ja, die Pistol am Anfang ist am geisten, find ich. Nee. Ich hab Gewehr genommen, Automatikgewehr. Dann krieg's eh beide. Oh, jetzt müssen wir mal gucken, ob der Stream bleibt. Der bleibt jetzt. Versuch's jetzt mal einfach über die Grafikkarte. Ich sollte mir einfach vielleicht... Nee, wo ich hin muss. Wenn ich irgendwo angezeigt, wo ich hin muss. Ich glaub, von hier kam ich nämlich. Ja, von hier kam ich, haha. Spiel kaum angefangen und ich verlaufe mich schon. Ach, du hast überall doch die Markierung. Für Markierung? Ja, du hast immer die Zielmarkierung, dieses Viereck. Ich weiß nicht, wie ist das Viereck? Ja. Das Zeichen von deinem Geist. Das zeigt immer das Ziel an. Oben an diesem kleinen Hut, oder wie? Ja, generell. Immer bei der Zielmarkierung hast du das Viereck. Da oben auf der Karte siehst du das. Also, ich hab so ein Dreieck, was so eine ungefähre Richtung sagt. Mir hab auch nicht... Ich hab hier so einen ganz tollen Spieler, der in den Bereich, wo man dann reinkommt, verreckt ist. Ich bin schon wieder offline. Oh, Junge. Wie kann man das verrecken? Okay. Okay, wieder verlebt. Das ist schön. Halt die Frage, soll ich's versuchen? Ich würd gerne wissen, warum der ständig hier abkratzt. Ja, es kann halt für mich nur noch an der Bildschirmaufnahme liegen, dann. Aber ich krieg's ja nicht anders rein. Richtig. Aber Hasi kriegt das ja auch hin. Ich weiß nicht, wie Hasi... Zumindest läuft bei mir das Ream. Jetzt sagt aber noch keiner was, ob der noch flüssig läuft, aber ich denke mal. Geh, es geht ja nicht um flüssig, es geht ums gar nicht laufen. Ich geh mal offline. Hab ich auch, nehm ich die offline. Ich hab noch Konstante-Framezahl und Co. drin bei mir in OBS. Bei mir stützt jedes Mal OBS ab. Okay, jetzt ist der Restream-Surfer ein bisschen ab, aber okay. Was noch? Hey, ich hoffe mit einer Granate nach mir zu werfen, das darf nur ich. So, wie ist das gedacht für meinen Super-Einsätzen? Yay, Super-Einsätzen! Sterbt! So. Dann nehmen wir die. Oh. Also wieder, keine Ahnung. Okay, der Spieler hat's wieder gehört. Ich hab's geschafft. Ja. Gut. Wir nehmen mal Zaha wieder.